Hallo, unterrichtest du kreativen Kindertanz oder möchtest kreativen Kindertanz unterrichten? Oder suchst Elemente aus dem kreativen Kindertanz, die deinen Unterricht bereichern sollen? Dann bist du bei mir genau richtig für neuen Input. Mein Name ist Elena Groß und ich werde bei Gina Workshops per Zoom am 20. und 21. April 2024 neues Material dir geben. Für Vorschulkinder und Kinder im Grundschulalter. Ich selber bin an der Palooka Hochschule für Tanz Dresden ausgebildet und unterrichte an dieser Universität das Fach Tanz, Improvisation und Technik. Wenn du mehr davon erfahren möchtest, was die Palooka Methode ist und wie die Kinder sofort damit lostanzen können, Technik vermittelt bekommen und Grundregeln im Ballettsaal, dann sei dabei. Ich werde außerdem wieder Materialien benutzen, die deinen Unterricht noch spannender, noch kreativer und lustvoller machen. Sei dabei und ich freue mich auf dich.